Darf, wenn der Vater einen nicht akzeptierbaren Grund hat für die Ablehnung der Bewerber, darf er ausgetauscht werden? Ja, er darf ausgetauscht werden. Aber erst, wenn der Vater disqualifiziert wird aufgrund solcher Aussagen. Der Vater ist Nationalist, vielleicht betet er gar nicht und vielleicht ist er ein Trinker und möchte nur einen Trinker wie er. Dann sagt er, okay, er ist jetzt disqualifiziert. Aber was häufig passiert, leider, ist, dass sie sagen, nein, mein Vater wird nein sagen. Ach, mein Bruder, ich gebe dir 10 Euro. Bist du Wally? Na klar, 10 Euro. Das ist nicht erlaubt. Solange es den Vater gibt und er betet und Allah fürchtet, muss man ihn anhören. Der Imam, der diese Ehe schließt, muss mit dem Ali sprechen. Wo ist dein Vater? Ja, mein Vater konnte nicht kommen. Warum nicht? Und dann hören wir solche Geschichten. Es gibt den Vater und der Bruder schließt die Ehe. Das ist ungültig. Nein, wenn der Vater da ist, darf nur der Vater schließen. In der Karsten, die Nachschulen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.